Oh, das war aus Versehen. So benutzt man den Schläger. Oh, oh, Vorsicht. Oh nein, ich hasse dich. Ich hätte dich fliegen sehen. Ausgeglichen da noch. Komm her. Du kannst dich nicht in die Stelle. Ich komme noch nicht. Ja, komm. Ihr nehmt den Fisch. Ja, sehr gut. Ich schaffe das Spiel. Es ist so scheiße. Du wolltest schon viermal gewonnen oder so. Ich schaff's nicht. Ein Winsohn. Party Animal. Hey, Freunde. Und willkommen zurück zu Party Animal. Zusammen mit Pup, Pup und Pup. Oh mein Gott. Hilfe, Hilfe. Nein, nur nicht. Warte. Nein, 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 nein. Ich übernehme nur, wenn ihr das Video liked. Okay, das ist der Anfang. Cool. Wee. Was war das? Cooles Intro. Was war das? Endlich ist die Vollversion da, Leute. Das heißt, wir werden sehr viel Spaß haben, ja? Yes, die Vollversion. Yeah. Ich freue mich. Komm her. Ich bin dort. Schau mal, wie er sich befindet. Ah, was ist das? Nein, nein. Pup. Nein. Pup. Guck, wo ein Schwanz wieder wedet. Bitte. Meine Nachbarn denken sich auch wieder was zur Hölle, ey. Was ist denn das hier? Spinat. Oh, werde ich da stärker? Ich hasse dich. Ich will auch meinen Reggie-Juice. Nein, das hast du gar nicht verdient. Was habe ich dich verdient? Du hast auch dich verdient. Was habe ich dir denn getan, du Schwein? Was habe ich dir denn getan? Maxi, sterb. Ich bin Suicide-Bomber. Ey, Maxi. Okay. Geh' dich um. Komm schon. Komm schon. Ich häng' dich jetzt von der Kante runter, okay? Okay, okay. Du fällst aber nicht runter. Okay, er fällst mich einfach. Nur halt mich fest. Nur halt... Und Puffu hat diesen scheiß Pömpel am Arsch. Wow, der hat es gewonnen sogar. Alter, du hattest diesen kack Pömpel am Arsch. Hast du es gesehen? Danke, genug. Ja, gerne. Wegen dir, nur wegen dir. Na unten, du hast mich verraten, Hau ab. Wo habe ich dich verraten? Indem du mich runtergeschmissen hast, Brudi. So, jetzt komm her. So, komm her. Und Puffu... Als würdest du mir was ins Ohr flüstern. Ich sehe voll kacke aus, oder nicht? Was? Ah, ah... Gnu. Aua. Was? Weißt du, Gnu, so ein Verhalten... Nein, ich bin nicht Frieden. Ich bin nicht Frieden. Ich bin nicht Frieden. Oh, 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 was ist denn jetzt hier? Puffu. Gnu, er gewinnt jede Runde immer. Komm, auf ihn. Oh, wunderschön. Mit Gebrühen. Ja! Loser, du kannst nichts. Komm her, das ist schon ein. Gnu, eins gegen eins. Ich war... Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Geh. Ah. Was machst du? Gnu, komm mal ab. Komm mal ab. Nein. Nein, nein, nein. Komm, Maxi. Komm, Maxi. Lass den Fisch los. Lass den Fisch los. Lass den... Lass das los. Nein, lass das los. Oh mein Gott. Ja, komm. Was, hä? Was ist... Mein Stock macht ja gar nichts. Die gehen kaputt, Maxi. Ja. Das war's mit dir. Maxi, bitte hilf dir. Maxi, bitte. Maxi, hilf mir. Ich hilf dir. Ich hilf dir. Ich... Ich... Nein. Die hat mir deine Hand, Maxi. Warte, was? Gnu. Ich bin tot. Ich kann mich nicht mehr halten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Halt dich fest. Sorry. Ich hab ein bisschen zu viel gegessen in letzter Zeit. Ah. Was ist denn das hier? Maxi, darf ich deinen Schwanz graben? Warte. Was? Ich weiß nicht, ob ich's schaffe, aber ich würd's gerne tun. Au. Nein. Gnu, hab ich ihn kaputt. Oh Gott, oh Gott. Nein. Nein. Keine Mombe. Nein. Nein. Oh Gott. Nein. Ich häng hier an der Gant. Gnu. Maxi, wo bist du Maxi? Cool. Äh. Was? Hallo. Gnu. Geh weg. Ich hab Powerfüße. Ich trete. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. 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 Oh Gott. Ah. Okay, alles gut. Okay, warte. Warte, warte. Ruhig, ruhig. Ich kann nicht. 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 Ja. Du schwarze. Ich häng hier so recht. Ich hab's gar nicht gemacht. Umso mehr man irgendwas davon benutzt, umso schneller geht es kaputt. Hä? Wie rennt man nochmal? Hier. Wow. Ja, danke. Das fühlt sich sehr gut an. Danke. Ich nehm diesen Preis an. Ich werde die Welt verbessern, indem ich auf jeden Fall Dino-Verbot gebe und du wirst pink werden. Oui. Oh, Leute, guck mal. Yeah. Ich hab hier einen Stock mit dem Würstchen. Wer will abbeißen? Kannst du das essen? Wer will einmal abbeißen vom Würstchen? Ich fang an zu brennen, Gnu. Ich verbrenne. Nein. Nein. Ich verbrenne. Hör auf, ich bin zu brennen. Ich geb mit dem Würstchen. Ich verbrenne. Wann macht die denn? Nein. Ich verbrenne. Komm, ich hab fuck auf Dino-Verbogen. Gib mir deinen Jusie-Ass-Mann. Ich bin zu brennen. Ich bin zu brennen. Let's go. Aber warum? Ich war auch die ganze Zeit um das Feuer rum. Das Feuer hast du gelöscht. Was ist denn mit... Warum müsst ihr mich denn alle hauen? Maxi. Da bin ich K.O., da. Nur ich. Was ist denn das für ein K.O.? Komm, wir müssen das Maxi grillen, okay? Ich fühle mich so heiß. Ich hasse euch. Ihr seid so assi zu mir. Oh mein Gott. Mein Lieblings-Item. Au. Wieso? Woher kam die von mir? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. What? Ich bin tot. Komm her, Kno. Nein. Ich bin tot. Maxi, wie gut kannst du einen treffen? Was glaubst du ist deine Zielgenauung? 100 Prozent. Okay. Alter, Bruder. Wofu? Wofu, wo bist du hin? Wofu, wo bist du hin? Das war schon nicht der Plan. Kno, was machst du denn bitte? Lass los, Maxi. Bruder, Bruder, hilf mir. Lass los, Maxi. Maxi, lass los, komm. Maxi, raus in die freie Welt. Du musst Fufu folgen. Ich bin kein Fliegender. Fufu, nein. Bruder, du kannst dich noch retten, Bruder. Flieg runter. Hallo. Dein Ass war zu schwitzig, Maxi. Das hat dich gut gesauft an dir. Reiß mal, mein ... Hallo, du zappelst voll viel. Hör auf, hör auf. Hä? Maxi braucht Hilfe. Ich hab dich extra nicht getan, gerade. Maxi braucht Hilfe. Du musst Maxi retten. Ich auch. Nein. Blu ist voll radikal. Oh Gott. Einer von uns lässt irgendwann los. Geh weg. Das sind meine Baseball. Nimm Chucks hier. Ich hasse das hier. Es kann nicht sein. Ich werde nonstop geschlagen, wenn ich irgendwo bin. Ich will meinen scheiß Schläger haben. Geil. I love it. Ich kann meine einfach mal irgendwas richtig in die Hand nehmen. Geh weg. Ich geh weg. Ich bleibe jetzt alleine. Wieso auf mich, Fufu? Naja, mit dem Elm hatten wir es ja nie so. Guck mal, meiner kann keine Schwachen hochnehmen. Geh mal einen Meter weg hier. Ich will meinen scheiß Schläger nehmen. Ich meine, meiner ist so schwach gefühlt. Ich kann mit meinen Spielern nichts machen die ganze Zeit. Ich kann nichts aufsamen. Ich kann niemand K.O. hauen. Komm her. Komm her genug. Oh nein. Ich bin so gut. Oh mein Gott. Maxi. Maxi, was los ist hier? Werb du dich runter? Ich hau dich tot. Ich hau dich tot. Ich hau dich tot. Was hast du davon, dass du mich die ganze Zeit gemobbt hast? Okay, also Fufu, jetzt auf Maxi. Jetzt auf Maxi. Let's go. Komm her, Maxi. So, ich hol mal meinen Schläger. Und dann kriegt der Maxi jetzt so einen fetten Schlag, dass er einen abgegriffen Popo hat. Nein, 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 bitte, bitte, Fufu, bitte. Geh weg. Oh, das war aus Versehen. So benutzt man den Schläger. Oh, oh, Vorsicht. Ah, nein, ich hasse dich. Ich hätte dich fliegen sehen. Ausgerechnet auch noch. Komm her. Du kannst dich nicht in die Stelle. Okay, ich komme. Ich komme noch nicht. Ja, komm. Scheiße. Ihr nehmt den Fisch. Ja, sehr gut. Ich tasse das Spiel. Es ist so scheiße. Gewonnen. Du wolltest schon viermal gewonnen oder so. Ich schaff's nicht ein Winsof. Ich geh aus dem Bild. Tschüss. Ja, verdient. Hi. So fühlt es sich an zu gewinnen, Leute. Ich meine, ich darf auf dem Bild sein. Du hast mich sogar verdeckt. Du magst. Du kriegst jetzt von mir eine Faust, Gno. Komm her. Du kriegst jetzt erst mal hart aufs Maul. Komm her, ganz kurz her. Du kriegst jetzt aufs Maul. Geh weg. Ah, ich bin nicht genug. Komm her, Gno. Du kriegst jetzt aufs Maul. Komm her. Hilfe, Hilfe. Geh weg. Hilfe, Fufu. Fufu, hilf mir. Fufu, das ist der einzige Psycho, ey. Hilf, Fufu, komm her. Bring ihn auf, Fufu. Bring ihn auf, schieß doch. Komm schon. Fufu. Oh mein Gott, Hilfe. Hilfe. Ah. Hilfe, Fufu. Fufu, Fufu. Wo ist Gno? Komm her, Gno. Nein, nein, nein. Hilfe, Hilfe. Komm her. Du kriegst noch eine Faust von mir. Hilf mir bitte. Ich hab nichts getan, Mann. Musst du Y halten, oder? Kann ich da rauskommen, Hilfe? Oh, ich warte. Was ist mit ihr eigentlich, hä? Hilf mir doch einfach mal. Sie hat nach Hilfe gerufen. Wie soll ich hier helfen? Ich bin ein Otter. Ah. Ich bin so tot. Ja, ich seh dich da jetzt. Ich bin sogar ein Tee-Post gewesen. Die Perverse einfach zuschaut, ne? Das ist spannend. Richtig. Geil, was trifft immer die Richtigen. Komm, wir helfen, Maxi. Komm, wir helfen, Maxi. Maxi, sag dir, ich helfe. Nein, ich bin nicht. Ich bin nicht. Wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Ich treib ein bisschen davon auf dem anderen Eisblätscher. Siehst du mich? Treibst du davon, oder treib ich davon? Ich treib davon. Ich nehme mich auch. Oh. Kommst du zu mir? Hier. Äh. Ey. Sollte Fisch her. Hi. Guten Tag. Guck mal, wo wir hingleiten. Komm, wir können hier so einen Jump in Wann machen. Ey, ich seh euch nicht mehr. Hey, ihr haut ab. Ich seh euch nicht mehr. Ich komm nicht hoch. Ich komm nicht hoch. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich bin gestorben. Ich war zu weit außen. Dann könnte ich hier nur ihre Tastatur oder Kontrolle oder so durchflippen. Äh, warum gehst du auf mich, Fufu? Ich geh auf A. Hast du gehört, auf wen ich geh? A. Auf A. Porret. Ja, auf den geh ich immer gerne. Hintala. Schlutscher, attack. Oh. Komm hoch. Oh, warte mal. Ich hab grad, ich hab meinen Kopf selber gegen mich hingestellt. Ich hab meinen Kopf selber. Oh mein Gott, Hilfe. Hauptsache nicht loslassen, ne, vom Lolli. Mein Lutscher. Ey, ich will hier raus. Es ist so ein perverses Scheiße einfach nur, ne. Aber kann ich hier nicht mehr aus dem Eiswürfel rauskommen, ne. Ich komm nicht mehr raus. Ich komm nicht raus. Ja. Mein Skelett, ey, wie lustig das aussieht. Der Dino hat gewonnen. Der Dino hat gewonnen. Das ist wahr. Try hard, ey. Ja. Sieg. Wow. Guckt euch den an. Der Dino um. On top. Dino on top. Yeah. Geht weg von meinem Platz. Mein Platz. Oben ist mein Platz. Das war unverdient. Bloß bring ihn um. Bring ihn um. Oh. Maximus. Was hast du da unten? Da ist ein kleines Würmchen. Oh, das ist aber voll wie bei Gangbeasts, oder? Eigentlich ja. Ist ja eigentlich identisch. Alter, wie groß du denn da bist. Ey, du hast eine Rolltreppe nach oben. Ey, wie geil. Heute eine Rolltreppe. Wie cool. Ich fahr nach oben. Ciao. Hallo, nicht rennen. Ey. Hallo. Ey, genug hat sich... Hallo. Hallo. Gnuch, komm mal her. Gnuch. Wie kannst du das? Oh, süß. Ich will da rein. Oh, warte, warte. Ja, wie geil. Kleg rein. Ich krieg dich da rein. Jetzt kommt noch Fufu. Fufu, komm rein. Geht das? Warte mal. Klettern, Fufu. Klettern. Ja. Hallo, ich zack jetzt voll rum. Oh mein Gott, Maxi. Ja. Okay, ich bin drin. Ich bin drin. Ich halte dich fest, Maxi. Du kommst mit, wenn du das machst. Was hab ich denn vorher? Erzähl doch mal. Was hab ich denn... Hör, Maxi. Was hab ich denn vorher? Was hab ich denn vor? Maxi, nein. Was hab ich denn vor? Was hab ich denn vor? Maxi, tust du nicht. Maxi, nein. Ja, was denn? Maxi, nein. Du schweig. So pervers, wie du noch geglotzt hast, ey. Ich bin explodiert. Maxi, ich möchte zuhören. Ich will zu machen. Ich auch. Ja, komm rein. Warum haust du mich? Oh. Warum wirst du mich raus? Genug Beziehung. Ich will dich auch mal ver... Ja, was denn? ...wie dein Bauch durchglotzt. Was, hä? Versuch doch, hierher zu kommen. Schau mal, ich hab Maxi gefunden genug. Ich kapiere. Ich kapiere. Ich kapiere. Geil, komm, wir holen ihn da raus. Nein. Ich drück auf und du holst ihn raus. Schlag mal die Mülltonne dazwischen. Wir müssen ihn da rausholen. Das muss ja irgendwie gehen. Da kannst du dich ja voll reinsperren. Ich bleib hier im Sicherung. Ihr könnt gegner... Hä? Richtige Kopfnuss bekommen. Ja, Loser. Ich könnte meinen Bauch streichen. Wofür will ich auch sperren, glaube ich? Das sieht so dumm aus, ey. Das sieht so richtig bescheuert aus. Das ist mein Safe-Spot hier. Hold my beer. Warte, warte. Jetzt hol ihn raus. Hol ihn raus. Hol ihn doch raus. Nein. Geh weg. Nein. Komm weg. Ich bin geschlagen. Hier drin. Hallo. Das ist ein Scheiß. Das ist ein Scheiß-Mobbing. Nein. Mach zu. Nein. So, du bleibst da jetzt drin. Wie lange überlebt der Eulich noch? Ich überlebe alles. Du kriegst dich. Wir sollten die Polizei rufen. Nein. Nicht draufhören. Hallo, Polizei. Oh mein Gott. Du bist explodiert. Hallo. Ich bin wieder da. Warum bist du explodiert? Hör auf. Oh, geil, ey. Oh shit. Da bleibst du jetzt. Nein, da bleibst du. Nein, da bleibst du jetzt. Nein, da bleibst du jetzt. Nein, da bleibst du jetzt. Bitte, bitte, bitte. Guck mal. Na gut. Wir können das klären. Beantworten mir eine Frage. Ja, welche? Wie alt bin ich? 34. 34. 34. Das war richtig, aber. Ey, man kann rausgehen. Wie cool. Oh, man kann wirklich rausgehen. Man kann Milch trinken. Man kann Billard spielen. Alter, man kann rausgehen. Draußen ist es kalt. Draußen ist es Nähmann. Voll cool. Komm mit, Junge. Jetzt geht es einfach um die stille Ecke mit dir. Suicide ist keine Lösung, Maxi. Komm, Maxi. Ich helfe die Tigiri. Nee, der kommt jetzt raus. Er ist bei mir im Team. Er hat sich schlecht benommen. Jetzt reicht es. Ihr beide raus hier. Das ist meine. Warum haut er mich? Okay, Scheißaufspür. Wir gehen auf ihn. Okay, komm, let's go. Das ist nämlich meine Gnubar hier. So, jetzt. Nimm ihn raus. Nicht mich. Ich bin falsch. Nicht mich. Ich mache alle Fenster auf. Oh, hallo, Fuffo. Oh, hallo, Fuffo. Hallo. Verabsicht. Verabsicht. Oh, das sieht so geil aus. Oh, grüß weg. Oh, grüß weg. Ja. Komm her, Junge. Ich hau dir auf den Kopf. Komm her. Komm nur ein Schick. Dann kriegst du ihn direkt auf den Kopf. Komm her. Pussy. Komm her. Ey, das gibt es doch nicht. Dieser dumme. Ja, komm. Was denn? Nur noch ein Zentimeter. Komm her. Jetzt bist du hier. Jetzt bist du hier, ne? Nein. Was denn, ne? Aua. Geh weg. Ich will nicht sterben. Doch, du wirst sterben. Du wirst einfach unter meiner Flasche sterben. Ja. Okay, Fuffo. Eins gegen eins. Ja. Verjog, verjog. Komm eins gegen eins, ja? Nein, nein, nein. Heute gibt es Dino-Braten. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Komm schon. Oh, Gott. Ey, lass genug in Ruhe. Nein. Nein. Ich hasse dich. Nein. Nein, was ist so? Du hast gerade geschossen. Die ist doch gerade erfüllt. Ich habe sie rausgeworfen. Ich habe mich darauf eingeschüttet. Es war wichtig. So, okay, das ist das, was wir sehen. Wir lassen gerne dann nach oben und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Tschau.